Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video Bitcoin unter 29.200 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal einen stärkeren Abverkauf gesehen, gestern Abend ist aber alles noch halb so dramatisch. Also wir haben immer noch die 29.000 US-Dollar-Marke gehalten, das ist erstmal so unser Ankerpunkt. Das wird jetzt auch nur ein kurzes Update-Video, weil wie gesagt, es hat sich einfach bisher kaum was getan. Es tut sich einfach mehr im Forex und im Stock-Market momentan, deswegen Krypto-Videos teilweise ein bisschen Pause und andererseits hat es natürlich auch damit zu tun, dass es sich einfach momentan derzeit nicht lohnt. Auf jeden Fall, bevor wir trotzdem starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Da kriegt ihr dann auch solche Updates nochmal ganz kurz, auch zu XRP wegen den Kaufzonen und sowas. Gestern wieder schön gehittet, mehr will ich jetzt dazu aber nicht sagen, bevor das hier wieder ausartet. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 29.150 US-Dollar. Wir hatten gestern Abverkauf auf 29.000 US-Dollar. Das heißt, wir hatten auch weiterhin kein Daily Close, können wir uns auch nochmal überprüfen, unter 29.000 US-Dollar. Weil das ist ja eigentlich so unser Ankerpunkt, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir drauf achten. Sollten wir da runterfalten, dann sieht es erst einmal übel aus. Aber wie ihr seht, hat im Endeffekt alles noch gehalten. Klar, wir haben unter dem Golden Pocket geschlossen. Das ist vielleicht das erste Mal nicht so gut, weil der Support durchbrochen wurde. Aber wir haben jegliche Ineffizienzen nach unten hin erstmal gefüllt. Vom Volumen her weiterhin deutlich abfallendes Volumen, also auch nicht wirklich bullisch. Von Daily Sicht wird es interessant werden, ob wir es heute nochmal über die Marke von 29.430 US-Dollar schaffen, damit wir zumindest mal ein höheres Hoch hier langsam reinkriegen. Das wäre zumindest mal ein erster Step. Aber da müssen wir jetzt erstmal in den kleineren Timeframes schauen, wie es denn hier aussieht. Also, Golden Pocket, wie eben angesprochen, haben wir jetzt erstmal verlassen. Viel Liquidität wird hier unten noch liegen, genau bei den 29.060 US-Dollar. Und wir haben natürlich auch hier, wir machen mal das FIP-Level ganz kurz weg, weil das Golden Pocket sowieso raus ist, haben wir hier unten noch eine schöne 4 Stunden Demand-Zone. Das heißt, wir haben hier noch einiges an Liquidität rumliegen, die noch gefüllt werden konnte. Und ihr seht auch, wo hier die meiste Liquidität reingekommen ist. Im Endeffekt hier unten noch bei diesem WIG und bei diesem WIG. Also, es ist nicht unwahrscheinlich, sage ich mal, dass wir heute sogar nochmal ein bisschen tiefer gehen. Es gab gestern Gerüchte, dass die ganzen Bitcoin-ETFs verschoben wurden auf 2024. Das sind aber nur Gerüchte, so wie ich das rausgelesen habe. Also, hier auch wieder ein bisschen aufpassen, wo ihr im Endeffekt die News herzieht. Könnte auch wieder ein bisschen Falschinformation sein. Und auch das mit Michael Berry, dass er 93% seines Portfolios geshortet hat, sich ja auch mittlerweile ein bisschen als falsch ausgewertet, natürlich mit Hebel und etc. pp. Also, auch hier wieder ein bisschen vorsichtig sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, wird es heute erstmal interessant werden, wo wir uns oder wie tief wir noch unten uns die Liquidität holen. Am besten wäre es maximal so bis 28.800 US-Dollar und von hier aus dann wieder einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Wir haben es ja gerade auf dem Daily gesehen, die 29.460, also so grob dieser Bereich hier oben. Wäre ganz gut, wenn wir auf Daily-Sicht nochmal wieder oder wieder überbieten, einfach um ein Höheres hoch zu generieren und nicht weiter abverkauft zu werden. Also, das ist jetzt momentan mal unsere Daily-Range. Mit Long-Position ist es mir ehrlich gesagt jetzt weiterhin zu gefährlich. Ich habe ja, jetzt muss ich überlegen, heute ist Mittwoch, am Montag habe ich da gesagt, dass ich meine Long-Position zugemacht habe. Daraufhin sind wir nochmal runtergekommen auf 29.300 und jeder müsste jetzt den Take-Profit 1 bei 29.600 abgeholt haben. Daraufhin ist der Trade auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt worden und deswegen warte ich jetzt erstmal ein bisschen. Also für mich neue Long-Position eher hier unten Richtung 28.800 mit einem relativ engen Stop-Loss, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind trotzdem 2% oder ich sage jetzt mal 1,5% hier unten bei 28.400 US-Dollar. Das sind die Zonen, die wir heute erstmal ein bisschen im Blick behalten sollten. Grundsätzlich bin ich immer noch dafür oder daran hat sich nichts geändert, dass ich gerne hier oben den Bereich um 30.400 US-Dollar einfach nochmal antesten würde. Hier oben liegt einfach eine Menge Liquidität. Wir haben jetzt einen, man kann schon sagen, wochenlang, nachdem wir hier oben die wochenlange Seitwärtsphase hatten, einen wochenlang riesige Range gebildet, wo immer wieder nach unten hin geshortet wurde. Und das sind momentan so einfach die Punkte, die mich immer noch eher dazu tendieren lassen, dass wir erst nochmal nach oben gehen, eben die Liquidität bei 30.400 holen und dann möglicherweise dieser Finale abverkaufen Richtung 27.400 US-Dollar in das übergeordnete Golden Pocket runtergehen und auch dort unten dann unsere Position verdoppelt wird. Ansonsten hat sich, wie gesagt, bei Bitcoin sehr, sehr wenig getan. Also mehr brauchen wir hier ehrlich gesagt noch nicht weiter eingehen. Auch Ethereum nicht wirklich erwähnenswert. Wir haben hier ein bisschen eine andere Chartstruktur. Wir haben das T4 auch noch nicht erreicht bei den 1.814. Für mich weiterhin erst die Long-Option, weiterhin bei 1.780 oder 1.740 US-Dollar. Wegen den Ineffizienzen, wegen dem Golden Pocket, also hier das Setup, was ihr hier unten seht, was wir schon vor einigen Tagen mal besprochen haben, ziehen wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter rüber. Daran hat sich nichts geändert. Und wenn wir uns mal den Stock-Market angucken, Dow Jones ein bisschen unter Druck geraten. Auch der Goldmarkt, DAX weiterhin abverkauft worden, SPX weiter abverkauft worden, N, die X abverkauft worden. Also die Stock-Märkte sehen momentan einfach nicht gut aus. Dafür hält sich Krypto meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut. Und das obwohl, schauen wir uns mal kurz einen Dollar an, der Dollar jetzt auch nicht wirklich top performt. Also wir haben einfach Sommerloch. Das müssen wir uns eingestehen. Wenig News, dann viele, ich sage jetzt mal, falsch verstandene News, die da immer rauskommen mit dem ETF oder mit Michael Burry und sowas. Warten wir einfach ab, was der Tag heute bringt. News-Technisch steht heute auch nicht wirklich was an, also könnte ein ruhiger Tag werden. Aber das sind einfach die Zonen, die wir jetzt erstmal hier im Blick behalten sollten. Also 28,8 erstmal für einen Long notiert. Ziel mindestens und einen ersten Take-Profit dann auf jeden Fall bei 29.400, weil ihr habt es gesehen, auf Daily-Sicht massiver Widerstand. Und hier könnten wir dann theoretisch ein tieferes Hoch generieren, um dann im Endeffekt weiter abverkauft zu werden. Ich traue mich ehrlich gesagt auch noch nicht in einen Short rein. Nein, hätte gut gepasst, wenn der bei 29.600 oder wenn unser 29.300 Trade nicht ausgestoppt werden würde. Dann hätte man hier oben ohne Probleme ein Hedge als Short aufmachen können. War halt nicht so. Jetzt müssen wir uns nach neuen Setups umschauen. Ja, und das war es eigentlich schon wieder für das heutige Video. Gibt kaum was zu erzählen. Wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Wie immer gerne Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es von mir. Wir hören uns dann wahrscheinlich erst am Freitag wieder. Aber egal, es tut sich derzeit eh wenig. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.